so es braucht es in tv und wir gucken uns jetzt mal kuren düsterbräu an ich habe mich für die dann schon angemeldet musste gar nicht so lange warten und dann schauen wir mal wie das ganze hier aussieht ich habe keine ahnung da ist er ja auch schon von früher ein bisschen anders in erinnerung ich habe jetzt eine zeit lang ja hier pause mitte in retail und habe nur classic gespielt von früher kann man das kennt man das noch ich meine aus classic da jetzt gibt es das jetzt auch mittlerweile mit katan event bosse ok ich habe hier irgendwas jetzt schnell schnell ausdrücken bevor ihr ok dann braucht man das mal weg und weiter das war es auch schon okay jetzt bin ich mal gespannt was es denn technisch so gibt bisschen gold und ein hauchen schrott aber man bekommt hier dieses fach diese fachsförmige schatzkiste die mache ich jetzt mal auf und da ist ein reittier und spielzeug ja gut mal gucken also ja also das haben wir jetzt oder sind noch ein paar gegner die anderen haben sich verpieselt ich verpiesel mich jetzt auch hier ja geht ich habe ich bin jetzt im kampf und habe alleine das problem aber nein ja das war kuren düsterbräu schnell reingeguckt in tbbb